Die Augen geradeaus im Gleichschrittmarsch, ein Lied im Glied dieser Art, Befehle mussten Schüler in der DDR bereits in der Mittelstufe befolgen, wenn sie in Uniform während der Zivilverteidigung Handgranatenzielwurf schießen und marschieren lernten, die Eskaladierwand bezwangen oder einen Giftgasalarm übten. Für diese paramilitärische Ausbildung war die Gesellschaft für Sport und Technik GST verantwortlich, die eng mit den Schulen zusammenarbeitete. Die GST wurde 1952 gegründet und im Frühjahr 1990 aufgelöst. Die Z-Führung verfolgte mit ihr das Ziel, die Verteidigungsbereitschaft zu fördern und qualifizierten Nachwuchs für die NVA zu gewinnen. Diese Erwartung erfüllte sich aber nicht vor allem in den 80er Jahren, ging die Bereitschaft zurück, mehr als die 18 Monate Pflichtwehrdienst zu leisten. Woah!